Aber wisst ihr wer gekommen ist? Ein Bullenwagen. Kommt so der erste Bullenwagen so, guckt so in die Tanke rein so, sehen uns da stehen. Kommt aber niemand rein. Dann kommt der zweite Bullenwagen, der dritte Bullenwagen, der vierte, der fünfte und die sagt so, guck mal, die wollen was für mich. Dann hab ich schon gesagt, als der erste ankam, hab ich gesagt, pass mal auf, wir kommen gleich zu uns rein. So eine Probleme kann es euch machen, wenn ihr jemanden 50 Euro leiht. Am Ende landet ihr vor Gericht und die Richterin fragt euch, ob ihr irgendein Mädel zur Prostitution nötigen wolltet. Yo, 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 was geht meine Freunde? Willkommen zu einer neuen Hood Story hier bei Gengis44TV. Und heute reden wir mal so ein bisschen darüber, was denn damals passiert ist, als ich Presi war und einen Prospekt bei mir hatte. Dieser Prospekt war so ein Türke, ein Kollege von einem anderen Prospekt, den wir hatten, der mittlerweile Fullmember wurde, war das so ein Kollege. Wir waren von Anfang an sehr skeptisch bei denen und wussten, okay, der Junge wird wahrscheinlich ein bisschen länger laufen müssen. Und nach und nach haben wir dann so einige komische Storys über den Jungen gehört. Und wir dachten uns aber, wir geben ihm mal trotzdem eine Chance, gucken mal, wie er sich schlägt. Und ja, was daraus geworden ist, war halt weniger erfreulich. Auf jeden Fall, es fing an damit, dass wir gehört haben, dass er irgendwie super viele Freundinnen immer hat, ja. Und ständig aber so auch ein auf nicht, ich nutze die Frauen aus, sondern ich bin so ein verliebter Bengel, ja, verliebter Idiot. Und komme dann voll so in Midlife-Crisis, weil ich mal wieder meine Alte irgendwie verloren habe oder Stress habe damit, ne. Da dachten wir uns schon, Alter, kann doch nicht sein, ne. Kann man irgendwie schlecht glauben, ne, so eine Geschichte. Und er selber hat sich dann nämlich immer voll als Womanizer dargestellt und hätte zig Mädels gleichzeitig immer am Finger und so weiter und so fort. Und ja, dieser Typ war ziemlich broke auch in der Zeit, wo wir ihn kennengelernt haben. Wir haben dann hinterher so Sachen erfahren, wie, dass er irgendwie Handtaschen geklaut hat, ja. Also er war wirklich so ein, er war so ein kleiner Hühnerdieb, ja, kann man so sagen. So wird man, glaube ich, Leute heute nennen. So ein kleiner Hühnerdieb. Und hat dann wohl so Handtaschen geklaut und generell so Langfinger, ja. Dann irgendwie Handys geklaut und die vertickt und weiß ich nicht was, ne. Auf jeden Fall ein Typ, wo du dir sagst, Alter, sowas passt auf jeden Fall nicht in den Motorradclub, ja. So, die Härte an der Sache ist aber folgendes. Jetzt bin ich ja der Präsi in dem Club und es war dann so, dass der Typ sich Kohle bei mir geliehen hatte. Nicht viel. Irgendwie 50 Euro oder so für so ein scheiß Zugticket oder so, ne. Er meinte, er meinte, ja, er hat da so ein Mädel kennengelernt in Köln und, äh, die hat da, äh, gerade Probleme. Und er musste auf jeden Fall hin und so und er wollte dann irgendwie Kohle von mir, ne. Und ich so, wie, äh, fahr da halt hin, ne, fahr schwarz hin, ne, sag ich, äh, juck mich doch nicht. Was, äh, was meinst du denn, wer ich bin, dass ich dir jetzt Kohle gebe, ne. Ich sag, wir kennen uns seit, seit drei Monaten, du bist hier Prospekt und jetzt pumpst du mich an. Frag ein, äh, frag doch irgendeinen von deinen anderen Leuten, ne. Frag doch den und den, ne, meine ich so den Typen, der ihn halt reingeholt hat. Ja, nee, den hab ich schon gefragt und dies und jenes. Ich sag, guck mal, wenn du dir bei mir Geld leist, ne, dann muss ich drauf bestehen, dass du mir die Kohle auch wiedergibst. Wenn du das nicht machen kannst, kriegst du Probleme mit mir. Ich hab auch so, äh, Späße, sag ich, kein, keinem Lust. So, deine Clubbeiträge hast du bisher pünktlich bezahlt, okay, alles picobello, aber fang nicht, fang nicht auf die Nummer an. Ja, und dann, äh, er, nein, bitte, 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 und dann tat er mir auch irgendwo leid, ne, hab ich gesagt, okay, komm, hier, gebe ich ihm 50 Euro. So, und das war der schlimmste Fehler, den ich machen konnte, weil ich wegen diesen 50 Euro am Ende tatsächlich vor Gericht stand. Ja, muss man sich mal vorstellen. Und wie ist das dazu gekommen? Okay, passt drauf. Wenn ich nur dran denke, ne, könnt ihr schon wieder... Dieser Junge war also dort, ist dann wieder zurückgekommen, dies, das, alles Tutti, und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, dass er mir das Geld geben sollte, ja. Zwischenzeitlich, er kam eigentlich aus Iserlohn oder so, hat aber die ganze Zeit in Bochum irgendwie bei seiner Tante gewohnt. Äh, gar nicht weit weg von mir. Und, äh, die Tante irgendwie, äh, hat da auch allein gelebt und, und, und. Dann hat er neben seiner türkischen Freundin in Köln, hier in Bochum auch irgendwie so ein deutsches Mädel gehabt, äh, mit dem er da, äh, mit der er da zusammen war. Hat es dann auch irgendwie geschafft, die, äh, das deutsche Mädel zu schwängern, die hatte dann irgendwann, äh, 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 kugelrunden Bauch, aber da kommen wir auch noch später zu. Auf jeden Fall, dieser kleine Fuchs, dieser kleine Fuchs, ja, ähm, konnte dann die 50 Euro nicht bezahlen und ich sag so, alter, sieh mal zu, ne, dass du mit der Patte mal zurande kommst, ne. Ich hab dir das von Anfang an gesagt, leihe dir nicht Geld, wenn du das nicht zurückzahlen kannst. Ja, und so zog sich das, umzog sich das, ne, und, äh, eines Abends, ich komm grad vom Training, äh, mit einem anderen Clubbruder zusammen, äh, wenn ich, äh, vom Training aus, zu mir nach Hause gehe, da bin ich, damals bin ich immer noch gelaufen, abends mit der Tasche, irgendwie, ich bin immer zwölf Uhr hingegangen und dann zwei Uhr nachts oder so, war ich dann fertig oder war schon auf dem Nachhauseweg. Auf jeden Fall, ähm, hatten wir telefoniert, vorher, bevor ich zum Training gegangen bin, und er meinte dann, er trifft sich da mit mir an der Tanke, ähm, wenn ich dann auf dem Rückweg bin. Ich sag so, ja gut, alles klar. Ich dann mit dem anderen Kollegen zusammen, wir haben unser Training fertig, äh, stehen da an der Tanke, ich rufe ihn an, ne, ich sag, hier, Digga, ich bin da, was ist denn jetzt mit dir, ne, wir warten auf dich. Ja, ich komm gleich, ich komm gleich. Sagst du, ja, mach hin, ne, ich will nach Hause. Ja, ja, ich komm gleich. So, zehn Minuten später, so, er, er hat einen Weg von zwei Minuten vielleicht, ne. So, zehn Minuten später, ich rufe an, ich sag, ey, Digga, willst du mich verarschen, beeil dich mal, ne, ich steh mir die Beine im Bauch. Was ist los mit dir? Ja, ich hab hier grad Streis, äh, mit, mit Tante und Perle, ne, ich bin sofort da. Ich so, Alter. Ich, äh, ich hab schon zu dem gesagt, guck mal, sobald er mir die Code gegeben hat, ne, abpatchen, sofort weg mit dem. Die Schnauze, sowas von voll. Auch so ein Typen, äh, kein Nerv, ne. Immer seine Ausreden und so weiter. Ähm, naja, egal. Gut, dann, wir warten, warten, warten. Dann warte ich da insgesamt eine halbe Stunde oder was, ne. Ich kannte den Besitzer von der Tankstelle, wir haben da geredet, Kaffee getrunken, äh, wir waren da quasi zu dritt am Quatschen da in der Tanke, ne. An so einer Stehtheke da. Auf jeden Fall, der Typ kommt nicht. Aber wisst ihr, wer gekommen ist? Ein Bullenwagen. Kommt so der erste Bullenwagen so, guckt so in die Tanke rein so. Sehen uns da stehen. Kommt aber niemand rein. Dann kommt der zweite Bullenwagen, der dritte Bullenwagen, der vierte, der fünfte und die sagt so, guck mal, äh, die wollen was von uns. Dann habe ich schon gesagt, als der erste ankam, habe ich gesagt, pass mal auf, die kommen gleich zu uns rein. Der Kollege so, ja, warum, was denn? Sagst du, ja, wart ab. Ich so, äh, ähm, warte dann da so, die kommen rein. Dann, ja, Herr, sowieso? Ich sag, ja, da bin ich, ne. Ich sag, was ist denn los? Ja, äh, kommen Sie mal bitte mit raus. Wir kennen mit draußen. Ich sag, worum geht's, ne? Was wollt ihr von mir? Ja, äh, bla bla bla, äh, da fühlt sich jemand bedroht von Ihnen. Ich sag, wie? Komm da raus, ne? Ich sag, so wie? Wie, wer fühlt sich denn bedroht von mir, ne? Ja, der Herr sowieso, äh, der hat uns angerufen, ähm, sie würden ihn bedrohen, äh, sie würden ihnen irgendwie Schläge androhen, wenn dem Herr sowieso irgendwas, dann habe ich erst mal eine Gefährdenansprache gekriegt, ja? Für alle Leute, äh, habt ihr vielleicht schon mal gehört, so eine Gefährdenansprache, dann hieß es nämlich, wenn dem irgendwie was passiert, dann kommen wir als erstes auf sie zurück und dann, äh, gehen wir davon aus, dass sie da irgendwie was getan haben. Sagst du, was ist los? Ja, äh, haben sie irgendwelche Waffen dabei? Haben sie, was haben sie in der Sporttasche, ne? Ich sag, das, was man so üblicherweise in der Sporttasche hat, ne? Ich sag, meine Trainingssachen. Ja, können wir da mal reingucken? Ich sag, nö, eigentlich nicht. Ja, äh, doch, wir gucken da jetzt mal rein, so. Haben sie irgendwelche Waffen bei sich? Ich sag, ja, sicher, sag ich, ich bin Pablo Escobar. Meine Drogen und meine, und meine Knarren, die habe ich immer bei mir mit. Deswegen, deswegen ist die Sporttasche ja auch so groß, ne? Hab da so eine große Nike-Tasche gehabt, ne? Die sind mir voll auf den Sack, die Typen. Hinten so, äh, die drei, vier Manneken, die ziehen sich schon die Handschuhe an, so, weißt du? Ich dachte mir nur so, jaho, geil. Das versucht man hier unter der Kamera von der Aral-Tankstelle, äh, mit mir hier Faxen zu machen, ne? So, ich hab's auch drauf angelegt, weil, wenn die unter der Kamera da irgendwelche Faxen machen und, äh, mich da irgendwie niederknüppeln, dann hab ich das wenigstens auf Video. So, Kollege von der Aral, von der Aral, der Typ ist sowieso mein Kollege. Naja, auf jeden Fall, äh, die dann so, ja, äh, jetzt werden sie hier mal nicht patzig und bla bla bla. Ich sag, ja, komm, zieht einfach eure Show ab, ne? Und dann, äh, tschüssi Kowski. Ja, äh, wie gesagt, Gefährdenansprache, bla bla bla, ich sag, jaho, alles klar. Daten aufgenommen, Perso gezeigt, und, und, und. Dann gehen wir nach Hause, so, ne? Und ich so schon zum Kollegen, alter, dieser Typ, ne? Dieser Typ, Junge. Was, was machst du jetzt mit dem, ne? Hab ich mir so gedacht. Weil, der hätte wirklich aus der Haut fahren können. Wegen 50 Euro ruft dieser Schwanz die Bullerei und ich krieg ne Gefährdenansprache. Nachdem ich mir ne halbe Stunde die Beine im Bauch stehe. Junge, 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 Junge. Okay. Damit denkst du, die Sache ist geregelt, ne? Ja. Am Arsch hängt der Hammer, alter. Ein paar Monate später, äh, ich soll bei der Polizei erscheinen. Äh, und dann irgendwie, äh, äh, soll ich vor Gericht. Wegen, äh, äh, was war das? Irgendwie Nötigung und, und Erpressung und, äh, keine Ahnung, was das, was das alles war. Nötigung und Erpressung und, äh, Drohung und sowas, ne? Der Typ war natürlich weg. Von dem haben wir die ganze Zeit nie wieder was gehört, ne? Der ist untergetaucht, war weg. Dann auf jeden Fall, ich bin dann vor Gerichts, Amtsgerichts Bochum. Zu dem Termin erscheine ich dann da. Wen sehe ich? Seine schwangere Frau oder damalige Freundin. So einen dicken Bauch. Ich, hochschwanger, ne? Irgendwie siebter Monat oder so. Ich sag so, äh, ich sag so, hallo, ne? Was ist denn hier mit dem Dingens? Wo, wo bleibt der denn? Ja, der ist im Knast. Ich sag, oh. Ja, der ist, äh, kurze Zeit, äh, nachdem das war, ist er irgendwie in den Knast gekommen. Der hat irgendwie einen Raubüberfall versucht. Offene Spiele oder sowas. So, er saß auf jeden Fall im Knast. Ich sag so, ja, geile Sache. Ja, und warum bist du hier? Ja, zeuge dies, das. Ich sag so, ja, okay. Ja, gut. Ich sag, ja, da bin ich mal gespannt, ne? Was da gleich wird. Ja, und dann, äh, sind wir da vor Gericht. Ich werd dann da, ich bin dann da Beschuldigter und keine Ahnung was. Und dann haut die Richterin so Sachen raus, wie, äh, ja, äh, ob ich denn die Freundin von ihm kenne. Ich sag so, ja, die hab ich ein, zwei Mal gesehen, ne? Wir waren mal, ich war mal, äh, mit den Jungs essen und da kam die auch mal mit, ne? Da saß die dabei. Ja, äh, haben sie denn, äh, um wie viel Geld ging es denn da, ne? Ja, ich sag, äh, der Typ hier, ach so, genau, dann kommt ja erst der Typ rein. Aha, nicht, dass ich das durcheinander bringe. Dann kommt ja dieser, dann kommt der Typ rein, ja, unser ehemaliger Prospekt, wird dann in Handschellen, äh, kommt dann da rein in diesen Laden. Äh, und erzählt erst mal, weil erst mal erzählt ja derjenige, der, äh, der, äh, da seine Beschwerde hat, ja? Der erzählt ja dann erst mal, was Sache ist. Und der erzählt einfach, dass ich ihm 25.000 Euro geliehen hätte und ich ihm jetzt die Kniescheiben wegschießen würde und damit gedroht hätte, ihm die Kniescheiben wegzuschießen oder ihn umzubringen, wenn er mir die 25.000 Euro nicht wiedergibt, ne? Ich saß da so, Alter, denk mir so, pff, what? 25.000 Euro? Ich sag auch, ah, was für ein Film ist der denn? Naja, auf jeden Fall, äh, sagt dann die Richterin so, schon, äh, ganz am Anfang, sagt sie so, hä, sie haben doch damals bei der Polizei gesagt, das wären wie 10.000 Euro, dann später haben sie gesagt, bei der Anzeige, das wären 50.000 Euro und jetzt sind es wieder 25.000 Euro. Ja, wie viel Geld war es denn jetzt, ne? Ja, weiß ich nicht, irgendwas so, 20.000, 30.000 Euro, irgendwas so um den Dreh. Okay, ich sag so, äh, und dann, und dann meint die so, aha, bei so einer Geldsumme wissen sie nicht mal, wie viel das war? Ja, nee, weiß ich nicht mehr. Der Typ hat sich also schon richtig unglaubwürdig bei der Richterin gemacht, ja? Und dann, äh, fragen die halt mich so, ne? Ja, von wegen, ja, was ist denn mit dem Geld, ne? Ich sag, mal ganz im Ernst, ne? Wenn ich 25.000 Euro hätte oder 50.000 Euro hätte, dann würde ich sie nicht einem Vogel geben wie dem da, den ich gerade drei Monate kenne zu der Zeit. Warum sollte ich das machen? Bin doch nicht bescheuert. Ich sag, das ging um 50 Euro, weil der seine Olle in Köln besuchen wollte. Und keine, und nicht um 50.000 Euro. Erstens mal hab ich so viel Kohle nicht, sag ich. Und zweitens mal würde ich, wenn ich die Kohle hätte, würde ich die dem niemals geben. Ne, also absoluter Bullshit. Ja, und, äh, dann, äh, hin und her und dies und das. Dann noch hat sie, stellst du ihm auf einmal Fragen von wegen so, ja, äh, kennen sie denn die Freundin und so? Ich sag so, ja, kenne ich. Ja, äh, stimmt es, dass sie, sie, äh, zur Prostitution genötigt haben? Ich sag so, was soll ich gemacht haben? Ja, äh, sollte sie nicht irgendwie, äh, anschaffen gehen oder sonst wie was? Ich sag, Alter, äh, seid ihr ganz beschmiert oder was, ne? Ich sag, nee, wie, wie kommt ihr denn da drauf? So, pass auf. Doch, und dann sagt die Freundin am Ende aus, ne? Dann ist die ja auch dran, die ist ja auch Zeuge, ne? Die sagt auch so, ja, ich kenn den, ich kenn den Cengiz. Und ja, hat er sie denn mal irgendwie zur Prostitution, äh, irgendwie nötigen wollen oder so? Sagt die so, nee. Äh, hat er nicht, ne? Äh, wir haben da nie über sowas geredet und, und sonst wie was. Dieser kleine Fuchs, ne, kam nämlich raus, hat sie dann gesagt, er hat gegenüber seiner Freundin auch behauptet, die ja schwanger ist, dass, ähm, er mir 25.000 Euro oder 50.000 Euro schulden würde. Er hat dasselbe seiner Mutter gesagt, er hat dasselbe seiner Tante gesagt. Und die Leute haben alle ihm die ganze Zeit über Geld gegeben, ja, und haben sich überall Schulden gemacht, und angeblich hätte er mir das Geld dann weitergegeben, um mich zu besänftigen und mich zu beruhigen. Ja, das heißt, der Typ, der hat seine eigene Mutter abgerippt, der Typ hat seine eigene Tante abgerippt, und er hat seine schwangere Ex-Freundin abgerippt. Und wollte, ähm, sogar, dass die Anstrengungen, äh, seine vermeintlichen Schulden, die gar nicht existiert haben, äh, dann bei mir abzahlen kann. Ne, das Geld hat er sich natürlich alles selber in die Tasche gesteckt und keine Ahnung, was er damit gemacht hat, ne? Auf jeden Fall, ich glaub, äh, der saß halt damals im Knast, keine Ahnung, ob der immer noch drin ist oder, oder mittlerweile draußen ist, aber, äh, so eine Probleme kann's euch machen, wenn ihr jemandem 50 Euro leiht. Am Ende landet ihr vor Gericht und die Richterin fragt euch, ob ihr irgendein Mädel zur Prostitution nötigen wolltet, ja? Und, äh, der wollte das dann am Ende so drehen, ja, der hat das Geld nicht selber gehabt, der hat das irgendwie über die Clubkasse organisiert, irgendwie über einen Club, die haben das rübergeschickt, das Geld. Alter, Alter, was ist los? Ja, auf jeden Fall, mit solchen, mit solchen Sachen könnt ihr euch dann rumschlagen, wenn ihr Präsi seid und, äh, wenn jemandem 50 Euro leiht, ne? Deswegen passt auf, an wen ihr Geld verleiht, bleibt stabil, bleibt sauber, bleibt gesund, ich bin Ron, es haut da rein. Bis zum nächsten Mal.